Mein Name ist Jürgen Huber und ich verantworte bei der Paolo Alter Networks den Vertrieb für das Named Account Business, die Territories und das Commercial Geschäft. Das sind mit acht Account Managern, betreuen wir dort über 1000 Kunden aller Größe und Couleur und versuchen den Markt weiter zu durchdringen. Wir arbeiten sehr eng mit Partnern zusammen, aber wir haben auch bei den größeren Kunden, es ist für uns wichtig, dass wir dort einen direkten Zugang haben und die Kunden direkt betreuen. Wenn ich das Team anschaue, für uns ist das ganze Teaming und der Teamspirit sehr, sehr wichtig. Sich gegenseitig unterstützen, sich gegenseitig helfen und die Lust haben auch da mitzugestalten, mitzuhelfen, wie wir uns weiter am Markt darstellen können und wie wir unsere eigenen Prozesse intern optimieren. Es muss Spaß dabei sein, Erfolg ist wichtig und sich gegenseitig unterstützen, ich glaube das zeichnet das Team aus und da werden wir auch in Zukunft einen Fokus darauf legen, dass wir vom Team her gemeinsam den Erfolg haben und unser ganzes Geschäft hier weiterentwickeln können in Deutschland. Also die ganz guten Momente im Team sind dann, wenn wir es wirklich dann noch schaffen, an einem Quartalsende die Extrameile zu gehen, wenn alle dran mitwirken, mithelfen, wirklich nicht nur das Ziel zu erreichen, sondern über das Ziel drüber zu schießen und wir das dann Ganze feiern können, als unser gemeinsames Team erfolgt, dass wir die Ziele einfach nicht nur erreicht haben, sondern übererfüllt und die Bereitschaft dort wirklich nochmal die Extrameile zu gehen, sich zu motivieren, die Dinge nochmal anzupacken, obwohl man schon die ganzen Wochen hart gearbeitet hat, denke ich, das ist sehr, sehr wichtig und das zeichnet uns aus, das macht Spaß und den Erfolg, den können wir gemeinsam feiern. Genau das haben wir eigentlich die letzten Quartale erreicht, wir waren sehr erfolgreich, wir haben den Markt gut entwickelt, das Team ist erfolgreich, wir haben viel vor, das geht weiter, wir haben noch viele, viele Kunden, die wir durchdringen wollen, die wir angehen wollen und wenn du Lust hast, in so einem Team mitzuarbeiten und bei uns mit dabei zu sein, dann freuen wir uns auf deinen Anruf. und dann freuen wir uns auf deinen Anruf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.